Krone bietet ein breites Programm an Anbaukreiselschwadern mit insgesamt vier Arbeitsbreiten von 3,50 m bis 4,60 m Arbeitsbreite. Um die Details des Schwaders zu erläutern, klappen wir kurz das Schwadtuch nach oben. Der Schwader ist mit kurzen Dämpferstreben und einer patentierten Ausgleichsschwinge ausgestattet. Dadurch haben wir einen sehr, sehr engen Lenkeinschlag. Trotz der soliden Bauweise baut der Schwader dadurch näher an den Traktor. Die Vorderachsentlastung wird geringer und die Hangtauglichkeit dadurch verbessert. Die Tandemachse ist bei allen Modellen serienmäßig. Damit wird die Lage auf dem Feld verbessert. Die Rechtqualität erhöht sich dadurch. Gleichzeitig haben wir für eine Verringerung der Transportbreite einige der Zinkenarme klappbar ausgeführt. Die Duramax-Kurvenbahn hat drei Jahre Garantie. Durch die steile Ausführung der Kurvenbahn ist ein Zinken-Schnellaushub gewährleistet. Damit garantieren wir eine exakte Schwadformung unter allen Bedingungen. Neu bei den Eingreiseschwadern sind die KRONE Liftzinken. Diese sind unten um 15 Grad nach vorne gebogen. Durch den Schaufel-Effekt heben wir das Futter vom Boden weg. Dieser Lift-Effekt wurde schon durch die DLG bestätigt. In Untersuchungen kamen wir zu folgenden Ergebnissen. Wir können bei gleicher Fahrgeschwindigkeit die Rechtverluste von 1,6% auf 0,6% minimieren. Auf der anderen Seite können wir gleichzeitig den Abstand zum Boden etwas erhöhen, bis um einen Zentimeter. Das führt zu geringerer Futterverschmutzung. Und wir können gleichzeitig die Fahrgeschwindigkeit von 8 auf 10 km pro Stunde erhöhen. Das führt natürlich zu erhöhten Flächenleistungen. Der KRONE Liftzinken führt zu erhöhter Flächenleistung, geringeren Rechtverlusten, besserer Futterqualität durch geringere Futterverschmutzung. Alles in allem bedeutet das mehr Ertrag aus dem Grundfutter.